Eine Zitterpartie führt Fürth, Dortmund vor, doch in der letzten Sekunde bekamen die Franken ein Tor. Endstation für Kreuter im Halbfinale, dafür fährt Bayern nach Berlin ins Pokalfinale. Ja, Grund war Bayerns Torwart, der Elfmeterheld. Und Mauerheld, Mauerheld. Wieder eine Chance nicht genutzt, ja wahrscheinlich haben sie nicht sauber putzt, weil bei Müller-Brot sie Kakerlaken fanden, haben sie die Hygieneprüfung wieder nicht bestanden. Gibt's noch eine Zukunft oder ist bloß eine Phase? 1300 Mitarbeiter stehen ja jetzt dann auf der Straße. Du, hey, Regie, jetzt haben wir ein Problem. Warum? Ja, weil jetzt kommt der Ausblick. Ja, aber das ist doch ein Rückblick. Ach, komm schon, wurscht's schon, boah. Am Wochenend, da werden die Uhren umgestellt, ja es ist soweit. Auch wenn's euch nichts gefällt, müsst die Zeiger vordrehen von zwei auf drei. Eine Stunde weniger Schlaf, ja mei, oh mei. Damit ihr's euch merkt, gemeinsam im Chor. Von Samstag auf Sonntag, eine Stunde vor. Ja Leute, wieder eine Woche, ist jetzt rum, hört's Antenne Bayern, dann sterbt's nicht dumm.